Doch schon, jetzt hat man ihn ja fast. Hör mal auf. Muss noch ein bisschen mit dem Timing hinkriegen, dann passt's auch. Das war bei mir am Anfang auch das Problem, dass das nicht mit dem Timing gestimmt hat. Irgendwer zieht die Wut, dann ist die Blase nicht unten. Irgendwer schießt die Blase runter, ist die Wut nicht da. Das muss halt genau gleichzeitig am besten. Oder die Blase mal so ein, zwei Sekunden später als die Wut, dann passt's eigentlich. Dazu muss die aber schon angeschossen sein. Wenn die so leicht rissig ist, dann kann man die schneller runterschießen. Dann geht's auch. Kann man das ausgleichen, wenn die Wut dann gezogen wird. Ja, dann versuche ich mal, die Rissig zu schießen. Ja, das sollten eigentlich alle machen. Soll man am Anfang auf die Blase schießen, wenn der hinten bereit ist. Und dann zieht er die Wut und dann schießen wir sie fertig runter. Und dann ist er auch direkt unten und dann haben wir alles. Und der mit der Wut vielleicht ein bisschen weiter vorne positionieren. Nicht so ganz so weit hinten, dass du ein bisschen schneller nach vorne laufen kannst. Also hier hinter der Säule stand ich sonst immer. Da sieht er dich auch nicht, ist auch kein Gegner dann. Und dann kannst du nur links rüber gehen, schießen und dann hier rechts einfach durch den Gang. Du darfst halt hier an der Kante nicht hängen bleiben da. Ansonsten soll es passen. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Stelvi, warum gehst du raus? Nur weil ich recht hatte, gell? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe die Tage Diesel für 1,96. Was? Äh, 96. So. Wieder vollständig. Ich bin 0,96. Okay. Na rein? Nein? Aber der Lukas ist jetzt wieder im Spiel, also wird er wahrscheinlich gleich beitreten. Ich streame der Xbox-Cardio auf 1,8. Deswegen. Nur für dich habe ich heute die Xbox eingemacht. Aha. Habt ihr den Stürmer gesehen? Auf Grenzgebiet. Wie er 5 Leute oder 6 Leute gekillt hat und dann hat er diese Luftgitarre gespielt. Kann ich sehr empfehlen. Bei den Augenschmaus. Ich mag nicht mehr rausfliegen. Mach halt nicht. Sag halt Xbox Nein. Das macht es bei mir regelmäßig. Brauche ich gar nicht zu sagen. Machst du das? Letzten in der letzten Runde vor Makellos habe ich irgendwie eine Ansage gemacht und plötzlich hat das Ding Xbox verstanden, während drei Gegner vor mir standen gegen das Menü auf. Die waren alle drei halt One-Shot. Würde die alle killen können. Aber ne, das Menü geht auf. Welche Nervensäge denn? Ich weiß was ich jetzt mache. Jetzt einen auf Mega-PG. Boah. Das ist die ganze Zeit gesperrt. Was soll das? Das ist die ganze Zeit gesperrt. Das ist die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit. Aber kannst du das nicht? Das ist die ganze Zeit. Was hast du denn gekriegt? Lass mich raten, Symbolsgeber Feuerball mit 320, den Helm auf 320 und die Wahrheit auf 320. Du hast nur die Rüstung her, die Demailbruch-Garnison. Aus dem PvP. Exo in Gramm bekommen und dann beim Griptarchen im Riff. Sehr, sehr gut. Man kann jetzt überall drei der Münzen anmachen, gell? Sogar ein Osiris. Sehr, sehr gut alles. Man schlägt ja eigentlich keine Frauen, aber bei Kitty mach ich ne Ausnahme. Der hat ja auch einen Helm auf. Hey, ja. Aber so hast du den stärkeren Nahkampf, also ist nur fair, dass ich die Schlage. Ach ja, klar. Was geht denn bitte über den Titanen-Nahrkampf, hä? Der Sonnensänger-Überschild-Nahrkampf über 100 Meter. Hahaha. Hahaha. Wiesste, ist schon wieder gegangen, weil ich recht hatte. Hahaha. Oh Mann, Steffi. Da für das alles flüssig läuft bei dir hörst du mich aber nicht so gut, Kylie. Boah, das ist mein großer Ungenau, mein Dings. Steffi ist wieder da. Steffi ist schon wieder weg. Ich war eben schon wieder weg, ja. Jetzt ist er wieder da. Ach Steffi, was ist denn los bei dir? Ja. So ist das mit einer 1900er Leitung. So ist das mit einer 1900er Leitung. So ist das mit einer perfekt Linzesskopf. Ich habe ACJ mit 3000er Leitung gespielt. Ja, mit einer 3000er Leitung. Ich habe 1900er Leitung. Mit 128 Leuten FPS gespielt. Also, ich weiß nicht ob das so an der Leitung liegt oder eher an Destiny. Ich glaube da geht zu viel an Microsoft an Informationen über die Xbox. Das wäre jetzt so schön, wenn ich jetzt mal drin bleiben könnte. Soja. Hat man noch eine Chance das heute zu schaffen. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ach, schnell, lass uns mal anfangen bevor ich wieder rausfliege. Jesus. Nicht Jesus. Jesus. Nein. Dich hast du übrigens zugegeben, dass du in einem Inzucht-Cuff wohnst. Ich habe eben gesagt gefaked. Originales Down-Leitung. End, aus. Du, wer bleibt es? Originales Down-Leitung. Ich gehe nur einen Inzucht-Cuff. man das wäre man ja keine wie du ich wäre bereit die blase kaputt ja ich habe keine munition wie lange dauert das eigentlich bist du da vorne wirst sind ja mindestens mal zehn sekunden das war mal gar nichts nein verstehen bleiben da liegt gar keine munition da liegt so viel munition ja für mich liegt da nichts also keine spezial munition da gibt es mir immer deckung immer synthesen die kisten aus dem raid geben immer synthesen auch wie ich eben sagte ich musste ja nur ab Ich bin da, wenn wir ja so etwas auf zwei Anspruchs fassen. Ich bin echt froh. Ich bin da. Nimm die Glase, Putsch. Die Glase regeneriert sich ja. Ja, nimm die Wut, nimm die Wut, nimm die Wut. 10 6 5 4 Du bist raus. Ich geh, wenn ich bereit bin. LOL Dann haben wir endlich mal 100 Millionen abgezogen. Das kann wohl wahr sein. Alle noch. Ja, ich geh da. Ja, ich geh da. Ja, ich geh da. Ja, ich geh da. Ich geh da. Ja, ich geh da. es wurde so und kommt doch mal ein rücker jahre aus die blase ist weg Naja, wenn wir jetzt noch einen guten Rahn hinkriegen, dann schafft man es. Wenn ich Glück habe, kann ich das in der Synthese einsetzen. Muss definitiv mal unterholen. Alles klar. Komm immer noch Gegner, gell? Oh, Mann. Ich geh vor. Ich hoffe, dass es noch ein Geiler war. Ich bin schwer soweit. Mach dir die Blase. Ja. Ja, schieß ihn. Komm, schau her, du Gammle. Zehn. Pünkt. Drei. Du bist raus. Gute Nacht, Monte Carlo. Gutt. Schlaf gut. Gutt. 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 Jetzt kann ich meine Energie nicht sehen, weil ich einen Upgrade habe. Herzlichen Glückwunsch. Gehen da. Okay, stopp durch die Blase. Jo. Ja. Unter. C. Okay. Stopp. Diesmal kassiert, ey. Aus. Besessen sie sind da, gell. Ganz kurze Synthese nehmen. Wir können direkt weitermachen, gell. Ist doch klar, oder? Kannst direkt wieder die Wut ziehen und wir machen die Blase da oben. Okay. Und dann bitte den Bogen auf den Boden jetzt. Ich habe aber aktuell gerade kein Licht, nur halb voll. Ja, egal. Schieß mal den... Mastin, sonst können wir die Glase kaputt machen. Ja. Schieß hier mit dem Rücken, bitte. Jetzt schieß ich mit dem Rücken. Okay. Jawoll. Ich habe die Road. Stopp. Ja, ich habe hier noch Licht. Ich schieße auf den Boden. Martin, fertig ist. Ich bin empty. Nein. Dreck nochmal. Nochmal hoch, direkt wieder in den Rücken schießen. Lass mal gucken, ist die Blase wieder da? Nee, ich muss noch die Blase warten, aber warte noch. Ja, jetzt die linke Blase und schießen direkt an den Rücken. Schieß ihm direkt an den Rücken. Der Flut so eine Scheiße. Kacke. Schieß ihm in den Rücken. Schieß ihm in den Rücken. Schieß ihm in den Rücken. Schieß ihm doch bitte in den Rücken. Ja, sauber. Komm zu uns. Ruhig. Der wird der Wegs. Schneller. Drehen. Ich bin tot. Der ist kattizierte. Ich bin tot. Jawoll. Ich bin blind. Ich habe, glaube ich, 4 Millionen abgeknackt. Du diese kleine Arsch. Schuss. Ich habe den Brustschuss. Ich habe den Brustschuss. Ich krieg nicht mal Loot. Der kleine Leidig will auch Loot. Auf zur Exo-Kiste. Oh, ich habe schon Uhr. Oh. Zur Exo-Kiste? Wohin? Exo-Kiste. Loll. Ich habe jetzt die Fiste-Grubenhandschuhe. Das ist eine schwere Geburt hier. Die Fiste? Ich habe dieses Mal nichts bekommen. Ja, ich habe ein paar Handschuhe gekriegt. Wow. Gibt es irgendwo Brustücke, die man aufsammeln kann? Ja. Fragment, wie meint er? Ja. Zurück. Zurück. Hier beim Lightning. Ich gehe da in einer Raum und könnte es kurz einsammeln. Da unten, wenn ihr jetzt weitergeht, da wo wir eben waren, weitergeht, da ist rechts unten direkt eins, wenn ihr euch runterfallen lasst auf diesen Steg, da ist auch noch eins. Das waren, glaube ich, die, die wir hier sammeln.